Wenn du glaubst du schaffst es, ja dann fang doch einfach an Wenn du denkst du kannst das, dann probier es doch mal aus Wenn es dir dann nicht gelingt, du fragst dich nur was nun Wart ein kleines bisschen, um es noch einmal zu tun Hat es dann geklappt, merkst du, wie leicht es plötzlich geht Du musst dir nur selbst vertrauen, dafür ist es nie zu spät Wenn dir immer mehr gelingt, glaubst du wieder an dich All das, was du nicht kannst, ist dann völlig unwichtig Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss